Hallo, schön, dass du dich jetzt auf YouTube ein wenig eingefunden hast. Da du ja jetzt auch schon viele Abonnenten hast, wird es jetzt langsam mal Zeit, für deine Abonnenten ein Gewinnspiel zu machen. Aber wenn du nicht weißt, was du verlosen willst, dann kommt hier mein Tipp. Verlose doch einfach 10.000 Euro. Äh, was? Du hast keine 10.000 Euro, die du verlosen kannst oder willst? Kein Problem. Das brauchst du ja auch nicht. Du brauchst einfach nur jemanden, der am Ende des Gewinnspiels zufälligerweise gewinnt. Und behauptet, dass er den Gewinn hätte. Es muss ja niemanden auffallen. Du möchtest mehr Abonnenten? Dann werbe doch um deinen Kanal, in dem du anderen Kanälen eine Nachricht schickst. Du bekommst meistens ein positives Feedback. Sollte aber jemand auf deinem Kanal einen nicht wirklich netten Kommentar hinterlassen, ignoriere einfach diese Person und lass dich nicht unterkriegen. Nun denn, ich hoffe, ich konnte dir die Welt von YouTube erklären und lasse dich nun alleine hinaus in die Welt von YouTube. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.